Vom Wasser im Nether über einen Bug, der schon seit 10 Jahren existiert, bis hin zu Minecrafts Plänen zum neuen End. Hier sind mehr als 25 Fehler, die Minecraft gemacht hat. Nummer 1 Nach einem langen Tauchgang möchte ich mich jetzt erstmal in mein gemütliches Bett legen. Oh, das ist ja gar nicht gemütlich. Das ist ja ganz hart. Kein Wunder, wenn ich neben dem Bett auf dem Boden liege. Ei, ei, ei. Zum Glück hat Mojang diesen Fehler behoben. Aber wart mal ab, bis ich dir den größten Fehler, den Mojang je gemacht hat, zeige. Nummer 2 Ich wette, Stegi hätte dieses Video gerne vor seinen ganzen Waro-Turm gesehen. Mit diesem Glitch können wir nämlich Wasser im Nether platzieren. In der Beta 1.8 konnte man Eisblöcke abbauen und mit in den Nether nehmen. Dort platzieren wir sie und bringen sie zum Schmelzen. Merkwürdig, dass wir dazu extra noch Fackeln platzieren müssen. Hier sollte es eigentlich heiß genug sein. Aber wie du siehst, wird aus dem Eis irgendwann Wasser, was sogar fließt und nicht verschwindet. Nummer 3 Wie ihr bereits aus einem unserer anderen Videos wisst, sind die Farlands berüchtigt. In unserem Video haben wir versucht, die Farlands zu erreichen, aber Mojang möchte, dass wir vergessen, dass es sie je gab. Denn sie machten es uns richtig schwer, sie zu finden. Diese verbackte Region entsteht dadurch, dass die Welt irgendwann aufhört, Chunks zu generieren. Diese nicht generierten Chunks würden dann versuchen, sich selbst zu produzieren, was zu dem hier führt. Aber wenn du das schon verrückt findest, warte, bis ich dir eine Pflanze zeige, die sogar stärker als Bedrock ist. Nummer 4 Wolltest du schon immer mal wissen, wie du an unendlich viele Ressourcen kommst? In einer Minecraft-Version konnte man einen beschädigten Amboss nutzen, um seine Items zu duplizieren. Alles, was man dafür tun musste, war, das Inventar zu füllen, sodass nur noch ein Inventarplatz frei bleibt für das Item, was man duplizieren will. Dann nennt man das Item im Amboss einfach Duplicate, bis der Amboss komplett kaputt geht. Und zack, schon wird aus einem Item plötzlich zwei. Und wenn man noch mehr als nur ein Item haben will, dupliziert man einfach Schalker-Boxen. Auch das klappt natürlich wunderbar. Aber ja, Mojang hat das nicht so gerne gesehen, deswegen gibt es diesen Bug leider nicht mehr. Nummer 5 Wenn wir ein Nether-Portal bauen, können wir uns in den Nether porten. Dabei entsteht normalerweise so ein leichter Bewegungseffekt. Aber in der Snapshot 19W39A ging dieser Wobble-Effekt einfach zu weit. Betritt man hier das Portal, kommt es mir so vor, als ob mir schlecht werden würde. Ohohoho, was passiert hier? Da wird mir wirklich ganz schlecht. Und da Mojang das nicht so vorgesehen hat, wurde das Ganze schnell wieder gefixt. Nummer 6 Welche Wege kennst du, um Bedrock zu zerstören? Ich weiß nicht, was Mojang sich bei der Snapshot 21W05A gedacht hat, aber mit dem Tropfblatt kann man Bedrock zerstören. Oder was glaubst du, wie ich sonst hier hingekommen bin? Sicher nicht mit einer Diamantspitzhacke. Ich zeig dir jetzt, wie das geht. Zuerst brauchen wir Ton und darauf platzieren wir unsere Top-Pflanze. Jetzt beschleunigen wir das Wachstum mit Knochenmehl und zack, weg ist er. Und auch hier klappt das ohne Probleme. Einfach unter den Bedrock-Pflanzen, Knochenmehl rein und schon ist der stärkste Block in Minecraft zerstört. Na, kanntet ihr diesen Trick? Dann schreibt es mal unten in die Kommentare und abonniert den Kanal, denn dann wird euer Kommentar für uns hervorgehoben, sodass wir ihn besser sehen können. Nummer 7 In der Snapshot-Version 22W17A trollte Mojang uns gewaltig. Erstens, ich kann hier meinen Skin nicht nutzen. Zweitens, die Ziegenhörner sind in jedem Reiter des Creative Menüs zu finden. Und wenn ich in jedem meine, dann meine ich auch wirklich in jedem. Oh man, da scheint ein wenig Verwirrung zu herrschen. Nummer 8 Die Texturen der Birkenstämme sind nicht die schönsten, aber in der Snapshot 20W28A geht es um etwas ganz anderes. Na, fällt dir was auf? Wenn wir darauf achten, sehen wir, dass die Birkenbäume in geraden Linien zueinander wachsen. Nicht random, wie es eigentlich sein sollte. Eine wirklich unnatürlich quadratische Form. Klar, Minecraft ist ein Spiel, das aus quadratischen Blöcken besteht, aber das geht zu weit. Das sieht mehr als merkwürdig aus, vor allem aus dieser Perspektive. Aber warte ab, bis ich dir fliegende Bäume zeige. Nummer 9 Wer ist denn kein Freund von Katzen in Minecraft? In der Snapshot 20W45A tun sie mir auf jeden Fall richtig leid. Na, ist es dir bereits aufgefallen? Ja, du hast richtig gesehen. Sie haben leider nur drei Beinchen. Oh man, wo ist denn das vierte Bein hin? Oh, ich weiß es nicht. Und Mojang anscheinend auch nicht. Deswegen haben sie sich entschlossen, den Katzen ihr viertes Bein einfach wiederzugeben. Danke dafür. Nummer 10 Birken, die in Reih und Glied wachsen, haben wir ja bereits gesehen. Fliegende Bäume sehen so aus. Wie die dort hochgekommen sind, fragst du dich? Naja, einfach einen Setzling unter einen Erdblock setzen und mit Knochenmehl zum Wachsen bringen. Egal, wie hoch der zweite Erdblock ist, der Baum würde immer auf dem Erdblock, der darüber in der Luft schwebt, wachsen. Naja, und wenn man das Spiel an seine Grenzen bringen will, wie wir es jetzt tun, dann sieht es irgendwann eben so aus. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie ich an mein Holz komme. Vielleicht hilft es ja, wenn du das Video likest. Nummer 11 Wir alle wissen ja, dass X-Ray Cheating ist. Aber kanntest du schon diesen X-Ray Trick mit dem Kompost? In einer Minecraft-Version konnte man einen Kompost in den Boden stellen und Sand auf sich herunterfallen lassen. Dadurch konnte man in den Boden hineinschauen. Zumindest in einem gewissen Maße. Na, was meint ihr? Ist das auch Cheating? Nummer 12 Türen in Minecraft haben vier Löcher, durch die man hindurchschauen kann. Und, ähm, ja, auch durch Schießen? Ja, in dieser Version auf jeden Fall. Man konnte einfach durch die Tür schießen. Aber das Ganze funktioniert auch andersrum. Der Zombie greift mich wirklich durch die geschlossene Tür an. Okay, später zeige ich dir noch, was Minecraft mit dem End-4 hat und wie du unendlich viele verzauberte Bücher bekommen kannst. Die könnten einem in so einer Situation helfen. Nummer 13 Minecraft hat jede Menge Fehler, wenn es um unendliches Rennen bei Mobs geht. Das unendlich lang rennende Kamel kennen aber die wenigsten. Und wie die in ein Minecart passen, weiß ich auch nicht. Aber so geht's. Einfach Schienen und ein Minecart platzieren und ein Kamel daneben. Dann setzen wir uns auf das Kamel und bringen es zum Rennen und springen. Und schon läuft es bis in die Unendlichkeit. Aber zum Glück ist Mojang gegen Tierquälerei und deswegen wurde der Bug bereits behoben. Nummer 14 Offensichtlich ist es unmöglich, einfach so länger unter Wasser zu bleiben. Aber mit einem einfachen Eimer können wir uns in den tiefsten Meeren am Leben erhalten. Einfach nach vorne schwimmen und währenddessen das Wasser mit einem Eimer abschöpfen. Na, kanntest du diesen Trick? Oh Mann Leute, ich hoffe trotzdem, dass ich hier nicht gleich ertrinke. Nummer 15 In der Snapshot 1.20 kannst du so viele verzauberte Bücher machen, wie du willst. Und ja, es ist so, wie ich es sage. Unendlich viele! Dazu musst du einfach diese gemeißelten Bücherregale füllen und dann mit einem verzauberten Buch in deiner Hand anklicken. Und wie du siehst, können wir uns dann unendlich viele verzauberte Bücher cheaten. Und was noch merkwürdiger ist, ist, dass wir mehr als 64 Bücher pro Inventar Platz haben können. Wie geht das denn? Nummer 16 Wenn ich baue, muss immer alles symmetrisch sein. Ist das bei dir auch so? Mojang scheint da ja auch eine Vorliebe zu haben. Schließlich besteht das Spiel aus Blöcken. Wobei, beim Plünderer Außenposten ist irgendwie nix symmetrisch. Das triggert mich komplett. Hier an diesen drei Ecken sind überall diese zwei Holzplanken rechts vor dem Pfeiler. Aber hier an dieser Ecke fehlt einfach eine Planke. Hä? Ich bin total verwirrt. Triggert euch das auch so wie mich? Schreibt es mal in die Kommentare. Und jetzt wird's gleich noch wilder. Nummer 17 Viele Texturen in Minecraft sehen großartig aus. Aber einige? Ja, naja. Schau sie dir mal selbst an. Zum Beispiel, wenn wir eine Spur aus Redstone legen. Auf den ersten Blick sieht es normal aus. Aber wenn wir genauer hinsehen, ist es gar keine durchgehende Spur. Oder hier bei dem Kessel, wo einfach ein Pixel zu viel ist. Am schlimmsten ist das aber bei manchen Rüstungen. Helme, die zum Beispiel anders aussehen, wenn sie im Inventar sind, als wenn man sie anzieht. Ich mein, wo ist der Nasenschutz hin? Tut mir sehr leid, wenn ich jetzt dein perfektes Bild von Minecraft zerstört habe, aber das nervt doch. Über diese und andere Texturen haben wir aber auch schon ein komplettes Video gemacht. Schau dir das auf jeden Fall mal nach diesem Video an. Nummer 18 Elytren in Kombination mit Feuerwerken sind einfach nicht mehr aus dem Spiel wegzudenken. Aber wusstest du, dass als die Elytra zum ersten Mal ins Spiel kam, nicht zum Fliegen gedacht war? Deswegen konnte man sich auch nicht mit den Raketen boosten. Die Elytra waren nur zum Gleiten gedacht. Damals musste man sich selbst mit einem Schlag zwei Bogen abschießen, um in der Luft zu bleiben. Zum Glück können wir heute aber einfach mit ein paar Feuerwerken herumfliegen. Nummer 19 Sand und Kies sind so ziemlich die einzigen Blöcke, die in Minecraft von der Schwerkraft beeinflusst werden. Wie kann es also sein, dass man Sand oder Kies findet, welches an der Decke zu kleben scheint? Das war tatsächlich nämlich mal ein Bug, der von einem Entwickler erstellt wurde. Sand und Kies sollten nach seiner Idee immer Richtung Boden fallen, aber irgendwie klappte das mit dem Code des Spiels nicht. Und so entstand ein Feature, was wir teilweise heute noch in Minecraft erleben können. Nummer 20 Wieso du niemals Papageien mit Cookies füttern solltest? Liebst du auch die kleinen Begleiter in Minecraft, die du dir züchten kannst? Ich meine, ich liebe es ja Tiere in Minecraft zu züchten, aber mit Papageien ist es doch etwas tricky, oder? Füttert man sie nämlich mit Cookies, werden sie zu deinem Haustier und lieben dich. Aber nur für einen kurzen Zeitraum. Als Mojang nämlich die Papageien ins Spiel eingeführt hat, vergaßen sie, dass Cookies giftig für Papageien sind. Zum Glück haben sie das jetzt wieder geändert, sonst würden weiterhin die ganzen Papageien vom Himmel fallen. Nummer 21 Wie viele Fäden droppt normalerweise eine Spinne und wie viel Rind, Fleisch und Leder gibt eine Kuh? Oder wie viel Schießpulver bringt das Töten von einem Creeper? Also wenn du das weißt, schreib's mal in die Kommentare. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Mit diesem Glitch haben wir den Looting-Effekt, obwohl wir gar kein Looting auf dem Bogen haben. Dazu machen wir Looting 3 auf ein Schwert und anschließend schießen wir mit dem Bogen ohne Effekt auf die Mobs. Zwei Fäden erscheinen noch normal, aber 6 Rind, Fleisch und 3 Leder ist schon sehr viel. Und wenn du mich fragst, scheint mir auch 3 Schießpulver etwas viel zu sein. Naja, kein Wunder, dass Minecraft das wieder rausgenommen hat. Nummer 22 Wenn wir Tiere an einem Zaun mit einer Schnur befestigen, sollte diese eigentlich verschwinden, wenn wir die Tiere töten. Jedoch nicht in dieser Minecraft-Version. Wer kreativ ist, kann sich das bestimmt auch zum Vorteil machen. Ansonsten ist es etwas nervig. Nummer 23 Die Bedrock- und Java-Edition von Minecraft sind eigentlich ziemlich gleich, oder? Wobei, nicht ganz. Denn in der Bedrock-Version bekommst du weniger Farbe aus den Pitcher-Pflanzen. Hier bekommst du nur einen türkisen Farbstoff. In der Java-Version bekommst du aber zwei. Also das Doppelte. Ja, okay, das ist jetzt kein Riesendrama. Aber was spielt ihr? Java oder Bedrock? Nummer 24 Wie lange ist das End bereits so, wie wir es kennen? Wir kämpfen gegen den Enderdrachen und töten ihn. Ich glaube, die letzte Änderung kam mit der Welt nach dem End, den Festungen und den Elytras. Aber langsam ist es wieder Zeit für ein Update im End, oder? Nachdem vor ein paar Jahren der Never angepasst wurde, haben Bobby und ich gehofft, dass Mojang auch das End anpassen würde. Aber leider lassen sie sich dort sehr viel Zeit und man schmeißt den Spieler immer noch mit den gleichen Endfestungen und dieser leeren Welt ab. Meiner Meinung nach ist das ein großer Fehler, den Minecraft endlich mal ändern sollte. Nummer 25 Bist du schon mal an Fallschaden gestorben? Ach, ganz schön peinlich. Wir alle kennen WaterMLG und nach ein paar Mal Üben sollte das jeder hinbekommen. Aber wusstest du, dass es einen kleinen Glitch gab, mit dem man ohne Bett, Spinnenweben oder Wasser einen MLG machen kann? Alles, was du tun musstest, war an der richtigen Stelle und Winkel auf einen Block aufzukommen und du bekamst keinen Fallschaden. Hast du es gesehen? Ich wette, mit dir Bobby denkt, dass ich cheaten würde. Schreib mal in die Kommentare, ob du MLG'en kannst. Oh mein Gott, was ist geschehen? Nummer 26 Wolltest du schon immer mal eine Elytra haben, ohne den Enderdrachen besiegen zu müssen? Dann kannst du dich mit einem Kolben unter dem Endportal in das Portal reinschieben und du kommst direkt bei den Endinseln raus. Aber vielleicht ist dort, wo du rauskommst, gar kein Boden. Ahaha, liked schnell das Video, bevor ich sterbe! Ahaha!